Musik Zahlreiche Besucher wandten sich am 9. Dezember in der Stadtkirche in Besighem ein, um den zahlreichen musikalischen Beiträgen der Schüler des Christoph-Schrempf-Gymnasiums zu lauschen. Wie in jedem Jahr wurde das Adventskonzert des CSG jede Menge Abwechslung. Den Anfang machten die jüngeren Schüler. Die Akustik AG begeisterte die Zuschauer mit einem Arrangement aus modernen Pop-Liedern. Dann ging es klassisch weiter, mit dem Orchester und die Baldis vier Jahreszeiten. Musik Der Oberstufenchor überzeugte mit extra für diesen Tag einstudierten Gospel-Songs. Musik Den krönenden Abschluss bildete die Big Bad mit ihrem mitreißenden Sound. Musik Durch das Programm wird wie bereits in den letzten Jahren die Rhetorik AG. Für Schulleiter Jörg Weißer war es bereits das 15. Adventskonzert am Christoph-Schrempf-Gymnasium. Es ist jedes Jahr ein bisschen was anderes und deswegen ist es auch immer wieder spannend. Es ist auch für mich spannend, was ist heute neu. Ich bin sehr glücklich mit der gegenwärtigen Konzeption, wo viele verschiedene Mitwirkende sind und verschiedene Arten von Musik geboten werden. Und das Ganze im kirchlichen Rahmen, das passt einfach zur Jahreszeit. Auch Christiane Schwarze, Leiterin des Orchesters und des Unterstufenchors, ist voll und ganz zufrieden mit dem diesjährigen Adventskonzert. Immerhin haben alle Mitwirkenden sehr viel Zeit in die Vorbereitungen investiert. Doch wie viel steckt denn tatsächlich in solch einem Konzert? Viel Herzblut natürlich. Das meiste ist die Auswahl der Stücke, was passt, was gefällt uns. So eine Mischung aus ein bisschen moderneren Sachen, aber auch klassischen Sachen. Das ist die Hauptarbeit. Und dann kommt es Proben. Nicht in Stunden auszurechnen. Die ganze Mühe und Arbeit hat sich allemal gelohnt. Das bestätigen zumindest die Besucher, denen es sichtlich schwerfällt, einen Favoriten des Abends zu wählen. Es war so ein Feuerwerk an verschiedenen gestalteten Geschichten, dass ich gar nicht erst mal sagen kann, was mir wirklich am allerbesten gefallen hat. Jeder Mosaikstein für sich genommen war einfach klasse. Das Orchester mit Frau Schwarze fand ich ganz ausgezeichnet. Aber auch die Big Band am Schluss hat mir sehr gut gefallen. Und da meine Töchter mitgesungen haben, auch Mittel- und Unterstufenchor. Es wäre einfach nicht rechtens zu sagen, dieser Beitrag gefällt mir. Oder ich könnte natürlich sagen, mir gefällt insbesondere Geigenmusik. Aber das ist völlig individuell und hat mit der Leistung der Einzelnen gar nichts zu tun. Also Unterstufenchor und Akustik AG hat mir sehr gut gefallen. Auch diese reinen Klänge. Aber alles wirklich sehr gut. Selbst die Jüngeren, die hier frisch die ersten Jahre in der Schule sind, und auch die haben schon in einem sehr hohen Niveau ihre Darstellungen gemacht. Also da gibt es nicht mehr viel Luft nach oben.